Ich muss sagen, dass ich das Kompakt-Magazin im Abo habe und ich bin entsetzt, wie die Meinungsfreiheit in Deutschland Stück für Stück stirbt. Bei bestimmten Themen merken wir, es wird unangenehm. Wenn plötzlich gewisse Sachen zum Vorschein kommen, die kratzen dann an dem Weltbild, das du bislang hattest. Du kannst einen Ertrinkenden nur retten, wenn er gerettet werden will. Und ich habe das Gefühl, dass die Masse in Deutschland in keiner Weise gerettet werden will. Weil dahinter steckt ein System, dahinter steckt ein Plan. Für mich ein Plan von Wahnsinnigen. Das macht Angst, denn sie versuchen Gott zu spielen. Mit ihnen kann man nicht über Frieden verhandeln. Zitiere hier jemanden, der in hoher Regierungsverantwortung macht. Ihr dürft nicht in die Angst gehen, weil wenn ihr in die Angst geht, dann habt ihr verloren. Die wirklichen Hintergründe, das, was euch allen verheimlicht wird, was keinem von euch erzählt wird. Trump will den Ukraine-Krieg nicht, er will ihn sofort beenden. Trump hat bereits vor einem Monat mal die Warnung ausgesprochen, das möglicherweise noch vor der Präsidentschaftswahl im November. Liebe Zuschauer, es freut mich sehr, heute wieder mal ein bekanntes Gesicht auf unserem YouTube-Kanal zum mittlerweile dritten Mal begrüßen zu dürfen. Thorsten Schulte ist ehemaliger Investmentbanker, Bestsellerautor, der ist er immer noch. Und meiner Meinung nach auch einer der anerkanntesten Edelmetallexperten. Mit dem Namen Silberjunge hast du dir in Frankfurt an der Börse deinen Namen gemacht. Und hast dann auch in der Edelmetallwelt jahrelang aufgemischt. Du bist nicht nur Finanzexperte, sondern du bist auch hinter die Kulissen unserer geschichtlichen Entwicklungen im Finanzbereich und in der Politik eingetaucht. Mit deinem neuen Buch, Die große Täuschung, hast du ein sehr zeitlich aktuelles Thema getroffen. Das Buch kam ja schon vor einigen Monaten. Hier sieht man beispielsweise Kennedy abgebildet. Jetzt gab es vor drei Tagen einen Attentat in Kennedy-Manier auf Donald Trump. Zumindest wirkt das im ersten Augenblick so. Thorsten, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist und dass du heute mit uns dein Wissen teilst. Schön, dass ich da sein darf und dass wir uns eine lange Zeit mal wiedersehen. Und hoffentlich bald wieder. Ich wünsche es mir auch, Thorsten. Dein Buch, wie kam es an? Was sind die Reaktionen? Was hast du versucht mit dieser großen Täuschung rüberzubringen? Also ich habe, als ich das Buch veröffentlicht habe, mir vorher immer wieder gesagt, jeden Morgen, wenn ich aufgestanden bin, unsere Erwartungen, unsere Enttäuschungen liegen da, wo unsere Erwartungen sind. Und das heißt, erwarte besser hier überhaupt nichts, dann kannst du auch nicht enttäuscht werden. Weil ich weiß, dass bei den Minen, die dieses Buch enthält, sich nur ganz, ganz wenige mit der Kneifzange an das Buch antrauen. Ich bin an der Stelle sehr dankbar, dass beispielsweise der österreichische Sender auf eins das Buch sehr stark promotet hat. Die hatten zwei Monate lang prominent immer in ihrem Buchshop auch beworben. Ich bin auch dankbar dem Kompaktmagazin und Jürgen Elsässer. Und ich sage das gerade jetzt hier ganz zu Beginn, weil wir ja heute Morgen diese schreckliche, aus meiner Sicht, schreckliche Nachricht erhalten haben, dass das Kompaktmagazin durchsucht wurde und lahmgelegt wird, verboten wird. Ich bin ja nun kein Jurist, aber die GmbH hat zu einem Verein erklärt und aufgrund dessen dann fadenscheinig jetzt hier einen juristischen Weg gefunden, um das Kompaktmagazin zu verbieten. Ich muss sagen, dass ich das Kompaktmagazin im Abo habe. Ich lese zwar jetzt nicht jede Ausgabe, aber mir sind in dem Magazin keinerlei Aussagen aufgefallen, die aus meiner Sicht hetzerisch wären oder irgendwie einen rechtstheoristischen Hintergrund hätten. Und ich bin entsetzt, wie die Meinungsfreiheit in Deutschland Stück für Stück stirbt. Und ich habe, ich sage das immer wieder, dass alles, was wir gerade sehen, das ist nicht das Ende, sondern das ist erst der Anfang vom Ende. Und gerade, ich will dir das so nicht sagen, ich möchte gerade jetzt hier Land zu brechen, für diejenigen, die mir geholfen haben, dieses Buch bekannt zu machen. Das war auch ein Tim Kellner, ein Tim Kellner. Jeder von uns hat seine Ecken und Kanten. Es gibt Leute, die uns mögen oder weniger mögen. Das trifft auf jeden von uns zu. Ein Dr. Bodo Schiffmann, der in der Corona-Zeit aus meiner Sicht wirklich viel Gutes getan hat. Ich stehe mit Bodo regelmäßig in Kontakt. Auch der, der hat mir hier wirklich massiv geholfen. Auch wenn man den Namen nennt, Oliver Jannich, den du sicher noch kennst. Oliver Jannich hat ja nun auch auf den Philippinen mal eine Verhaftung erlebt. Und man muss ja nicht zu allem Ja und Am sagen, was jemand denkt. Also du wirst auch zu vielen Dingen, die ich dort in dem Buch ausführe, vielleicht eine andere, eben eine ureigene Meinung haben. Und das ist auch gut so, weil das Leben wäre total langweilig, wenn wir uns gegenseitig nur beiräuchern würden und zu 100 Prozent Recht geben würden. Aber ich wollte bewusst jetzt mal diese ein paar Namen nennen, um auch klarzumachen, dass eine Reihe von Leuten dieses neue Buch unterstützt haben, aber ganz große Teile dieses Buch völlig totschweigen. Und selbst mein Co-Autor sprach mich an, schrieb mir mehrfach Mails, wie kann es sein, dass dieses Buch, von dem ja innerhalb der ersten Woche 20.000 Bücher verkauft wurden, wie kann es sein, dass dieses Buch auch im Mainstream völlig totgeschwiegen wird? Diese große Täuschung zeigt beispielsweise drei Dokumente, die uns verheimlicht werden zur Ermordung von John F. Kennedy. Diese Dokumente sind zwar erst Jahrzehnte nach der Ermordung veröffentlicht worden, aber sie sind alle zugänglich und sie werden bis heute von dem Medientod geschwiegen. Und dann gibt es an Matthias Möckers, der so ein Buch schreibt, JFK, ich glaube Staatsstreich in Amerika, ursprünglich wollte ich ihn in Kürze treffen und nachdem er dann aufmerksam gemacht wurde auf das neue Buch, hat er dann plötzlich ohne Nennung eines Grunds das abgesagt. In seinem Buch spricht er zwar von einer Verschwörung gegen Kennedy, aber von einer Verschwörung natürlich innerhalb der USA. Alex Jones hat beispielsweise, weil Alex Jones ist ja nun sicher allen wahrscheinlich bekannt, der hat jetzt, ich glaube vorgestern, ja, nach dem Trump-Attentat ein Statement abgegeben, ein Video gemacht und spricht dort davon, dass Kennedy ermordet wurde, weil er den Vietnamkrieg nicht wollte. Und er stellt dann die Verbindung her zu Trump. Trump will den Ukraine-Krieg nicht, er will ihn sofort beenden. Und das sei das eine, das gemeinsame Thema des Anschlags auf Kennedy, der Ermordung Kennedys und des Attentats auf Trump. Und ich will das jetzt hier mal abkürzen. Ich habe im Buch ja dann einen Oliver Stone benannt, der die Inspiration hatte von einem Prouty Fletcher, der eben auch diese These von Alex Jones vertrat. Und das Hochinteressante ist, dass Oliver Stone in seinem Film JFK, in den Film-Dokumentationen später JFK Revisited, dass er dort eben vieles ansprach, eine Verschwörung letztlich in den USA ansprach, eine Verschwörung ausgehend von den Geheimdiensten ansprach. Aber er all diese Motivlagen und all die Faktenketten, die ich ja Ende im Kapitel 4 zu JFK liefere, völlig ausgelendet werden. Und ich zeige ja dann, wer der Finanzier des Films war, wer der Filmproducer war. Und wenn man all diese Verbindungen sieht, wird einem vieles klar. Und es ist eine gigantische Täuschung, nur ich habe ein Problem. Und das wusste ich vorher bereits. Dieses Buch fordert die kognitive Dissonanz, die in uns allen liegt, auch in mir, auch in dir. Bei bestimmten Themen merken wir, es wird unangenehm. Wenn plötzlich gewisse Sachen zum Vorschein kommen, die kratzen dann an dem Weltbild, das du bislang hattest. Diese Erfahrung haben wir ja alle auch in den letzten 10, 20 Jahren gemacht. Ich meine, du hast ja auch nicht von einfachem Gold und Silber gekauft. Ich meine, ich bin Sparkassenbetriebswirt Bankkaufmann mal von Hause aus, war Investmentbanker zum Schluss bei der Deutschen Bank. Das ist uns ja nicht in die Wiege gelegt worden. Wir hatten dann so Erweckungserlebnisse. Und das Problem ist, gerade bei den Buchinhalten, muss ich sagen, diese Buchinhalte provozieren diese kognitive Dissonanz, die in jedem von uns verborgen ist. Thorsten, das Buch ist eine Bombe. Und ich muss echt sagen, du traust dich was. Sagen wir es mal in diesen Worten. Bevor wir ein bisschen einsteigen und auch mal über dein Buch sprechen, noch mal kurz das aktuellste Thema vorweg. Donald Trump um ein Haar hat einen Kopfschuss bekommen. Aufgrund einer kleinen Kopfbewegung hat sie ihn nicht im Gehirn getroffen oder im Kopf, sondern nur das Ohr gestriffen. Jetzt gab es natürlich das wahrscheinlich historische Jahrhundertbild. Er steht blutverschmiert auf, hält die Faust nach oben. Man hört die Gerüchte, es geht wohl um einen Inside-Job. Es gibt verschiedene Ungereimtheiten. Dass wohl ein 20-Jähriger mit einer Leiter trotz Beobachtung mehrerer Zeugenhinweise auf ein Dach frei heraufsteigen konnte. Die Sniper hätten ihn schon frühzeitig erkannt. Er wurde wohl nicht zum Abschluss freigegeben. Die Frage ist, wer hat das verhindert? Warum hat man nicht reagiert? Wie kann sowas passieren? Du weißt selbst, wie die Geheimdienste und die Secret Services in den USA arbeiten, dass man Wochen, Monate zuvor so einen entsprechenden Veranstaltungsort abcheckt, dass hier nichts anbrennen kann. Dass Donald Trump also womöglich den Russland-Ukraine-Krieg beenden, möchte und könnte, ist durchaus etwas, was auch schon länger im Raum steht. Und man hat ja viele Stimmen gehört in den letzten Monaten, die gesagt haben, Donald Trump wird es schwer haben im Wahlkampf. Glaubst du, das war der letzte Anschlag auf ihn, den wir hier gerade gesehen haben? Oder denkst du, er beginnt gerade erst den ganz großen Kampf? Wie schätzt du das ein? Und wie hast du dieses Attentat wahrgenommen für dich? Du, also nochmals, bei JFK haben wir viele Dokumente erst 40, 50 Jahre danach zu Gesicht bekommen. Vorher konnte eigentlich kein Historiker das alles beleuchten, was in meinem neuen Buch steht. Wie soll ich jetzt also zwei, drei Tage nach dem Attentat hier Licht in die Dunkelheit bringen? Kann ich gar nicht. Das ist alles viel zu spekulativ. Also ein Großteil der Fragen, die du gerade gestellt hast, die kann heute niemand beantworten. Ich habe ja dieses Video von Alex Jones gesehen. Ich glaube schon, dass es in dieser Machtelite einen unglaublichen Streit der Giganten gerade gibt. Aber ja, wenn Donald Trump und dafür spricht einiges den Krieg in der Ukraine schnell beenden würde, dann würde ich den größten Ablauf spenden. Die Frage ist, was passiert auf dem Licht dahin? Und das ist für mich jetzt wirklich viel, viel wichtiger. Ich glaube, dass wirklich, also ich hoffe, dass das Ganze gut ausgeht, aber ich glaube, dass die Zeit jetzt bis zur Präsidentschaftswahl und bis zur Amtseinführung von Donald Trump die gefährlichste ist für uns alle. Und hier geht es eben auch darum, Trump hat bereits vor Monaten mal die Warnung ausgesprochen, dass möglicherweise noch vor der Präsidentschaftswahl im November der dritte Weltkrieg beginnt. Und das sind Themen, weißt du, selbst ich, ich bin Ende 2022, das ist mir sehr schwer gefallen. Ich habe das Buch Kontrollverlust 2017 auf Platz 1 der Spiegel-Bester-Liste zusammen mit Jochen Kopp gebracht. Das war eine unglaubliche Anstrengung und ich danke an der Stelle all den Menschen, die damals eben dieses Buch auch erworben haben, die mich unterstützt haben, auch beim Buch Fremdbestimmt. Das 2019 rauskam, über 105.000 Hardcover-Bücher inzwischen verkauft. Ich danke allen für die Unterstützung. Das war kein einfacher Weg. Ich bin auf ganz vielen Demos 2020, 2021, 2022 gegangen und habe dann aber festgestellt, im Sommer 2022 für mich, die Lage in Deutschland spitze sich jetzt so zu. Und was willst du mit, du kannst noch so viele Bücher schreiben, Videos machen, reden, auch Demonstrationen halten. Wir haben ein Problem, wenn du kannst einen Ertrinkenden, also ich wohne hier direkt am Vierfallstädter See, du kannst, wenn da jetzt gerade einer ertrinkt, den kann ich nur retten, ganz alleine. Kann ich den nur retten, wenn der gerettet werden will? Du kannst einen Ertrinkenden nur retten, wenn er gerettet werden will. Und ich habe das Gefühl, dass die Masse in Deutschland in keiner Weise gerettet werden will. Aus welchen Gründen auch immer. Sie fühlt sich ohnmächtig, machtlos. Viele schauen aber auch einfach weg, sind im Party-Modus, im EM-Modus. Gut, die EM ist jetzt zu Ende gegangen und wie auch immer, lassen sich ablenken. Aber sie, weißt du, Wissen ist ja auch eine Hohlschuld. Du kannst noch so viele Videos machen, aber du erreichst jetzt inzwischen, Gratulation, 350.000 Abonnenten habt ihr in YouTube. Das ist eine tolle Leistung von euch. Aber das ist ja auch eine jahrelange Leistung. Also das ist ja ein jahrelanger Weg, den du da zurückgeschritten bist, gegangen bist. Aber das ist ja alles im Tropfen auf den heißen Stein. Tim Kellner hat 550.000 Abonnenten. Und ihr versorgt die Leute mal mit Informationen. Ihr gebt denen Informationen, die sie im Mainstream nicht bekommen. Aber ich habe immer das Gefühl, dass wir uns im Kreis herumführen. Weil eigentlich wissen wir alle etwas, aber wir müssten eigentlich alle zusammen jetzt gemeinsam die Menschen in die rechte Aktion bringen. Ich habe vor ein, zwei Wochen jemanden gehabt, der sehr bekannt ist in Deutschland mit der Familie. Ich werde dabei den Teufel tun und uns einen Namen preisgeben, weil ich ihm damit Schaden zufügen würde. Und ich habe dann dort oben gesessen auf einem Berg mit ihm und habe ihm dann gesagt, sag mir mal zwei Handvoll Menschen in Deutschland, denen du vertraust, mit denen wir gemeinsam die Menschen in die Handlung bringen könnten, in die richtige Aktion bringen könnten. Dann schwieg diese Person. Dann habe ich gesagt, okay, nur eine Handvoll, nicht eine Handvoll. Und diese Person schwieg weiter. Wir haben ja auch alle schlimme Erfahrungen gemacht, Enttäuschungen erlebt. Ich habe, ich sagte das an der Stelle mal, Hans-Georg Maaßen angerufen im Februar 2023, als das CDU-Präsidium ihn mit Antisemitismusvorwürfen konfrontierte. Das muss man sich mal vorstellen, dass jemand, der sechs Jahre Chef des Verfassungsschutzes war, plötzlich in die Ecke des Antisemiten gestellt wird. Und ich habe damals dann so scherzhaft nutzend gesagt, das hätten Sie sich auch nicht vorgestellt. Herr Maaßen, jetzt ist Ihr Ruf ja genauso ruiniert, vielleicht ja sogar noch mehr ruiniert als meiner, weil Sie werden ja sogar als Antisemit bezeichnet. Ich habe ihn aber angerufen, um ihn dann den Rücken zu stärken und zu sagen, aber wir leben nicht nur in verrückten Zeiten, in wahnigen Zeiten, sondern in sehr gefährlichen Zeiten, weil dahinter steckt ein System, dahinter steckt ein Plan. Für mich ein Plan von Wahnsinnigen. Ja, es gibt Personen, die hier einen langfristigen Plan verfolgen. Und da will ich vielleicht mal etwas zitieren aus einer Nachricht. Ich habe es mir hier nochmals etwas größer eingeblendet. Also jemand, der hohe Regierungsverantwortung in einem deutschsprachigen Land innehatte, der hat mir Folgendes geschrieben. Ich bin kein Antisemit. Und das will ich auch auswürdig sagen. Dieses Buch habe ich geschrieben, um Rücken zu bauen zwischen Religion und Völker. Weil wir müssen das auch. Es sind nicht die USA. Wenn ich immer höre, die USA oder die Russen sind ja immer nur ganz kleine Kreise, die Völker in Kriege treiben. Und ich glaube auch von 95, 97 Prozent der verschiedenen Religionsgemeinschaften, die es gibt, werden keinen lassen Schimmer haben von dem, was ich in diesem Buch darlege. Und dieser Mann, der in hoher Regierungsverantwortung stand, der hat mir Folgendes geschrieben, habe aber alles kennengelernt und weiß heute die Differenzierung zu schätzen. Überall gibt es gute und negative Kräfte. Es gibt Kräfte, die an die messianische Prophezeiungsthilosophie glauben und auf Erden alles tun, diese künstlich herbeizuführen. Das macht Angst, denn sie versuchen Gott zu spielen. Mit ihnen kann man nicht über Frieden verhandeln, weil dies ihren Zielen, Glaubenszielen widerspricht. Ein Wahnsinn. Ich zitiere hier jemanden, der in hoher Regierungsverantwortung war. Ich selbst bin im Februar letzten Jahres nach Moskau gefahren und habe Dokumente aus dem Vatikanischen Geheimarchiv, die wir im Buch ja erstmalig der Öffentlichkeit zeigen, über die Freimauerei. Man muss wissen, dass 1917 bei der ersten Revolution in Russland als Kerenzky Justizminister wurde, dann im Juli 1917 der letzte Ministerpräsident Russlands war, nach dem Sturz des Zaren. Und dann der letzte, bevor die Bolschewiki an die Macht kamen, mit Lenin, Trotsky und Stalin, dass der Generalsekretär der Freimaurer war in Russland. Erstens für die Wahrheit und für den Frieden zwischen beiden Völkern. Das ist das, was mich antreibt. Ich bin, ich habe auch, das sage ich hier an der Stelle ganz deutlich, Ich habe jemanden, der Putin kennt, dem habe ich einen Tag nach Beginn der Inversion gesagt, ich glaube, dass Putin gestern einen welthistorischen Irrtum begangen hat, wie ich nur vergleichen kann mit dem von Adolf Hitler am 1. September 1939. Und habe dann gesagt, jetzt hat man ihn dort, wo man ihn seit Jahren haben will, jetzt wird es einen langen Abnussungsgericht geben. Und ich glaube, dass meine Analyse von damals treffend war. Und ich bin nach Moskau geflogen. Warum? Man hatte mir zugesagt, man würde mir über die Freimaurerei Dokumente besorgen aus Moskau. Ich hätte nämlich sehr gerne in diesem Buch nicht nur aus dem batikanischen Geheimarchiv über die deutsche Geschichte wichtige Dokumente veröffentlicht, sondern ich hätte auch sehr gerne aus Moskau über die russische Revolution, die russische Geschichte wichtige Informationen zur Verfügung gestellt, gestützt auf unwiderlegbare Beweise, Dokumente. Man hatte mir diese zugesagt für Ende Januar 2023. Und ich musste dann am 7. Februar letzten Jahres per Nachfrage erfahren, dass man leider schlechte Neuigkeiten hätte. Und dann hieß es also, dass alle drei eben die Archive gehen sollten, nicht leider absagen mit dem Vermerk, dass sie kein Risiko eingehen wollen. Da merkt man vielleicht, wie brisant es ist. Und ja, ich wurde auch am 7. Januar diesen Jahres unter Druck gesetzt, mein Rote Mier, wenn ich das Buch veröffentliche, dass ich meine Wohnung verlieren würde. Aber ich danke meinem Vermieter, dass ich die Wohnung hier immer noch habe. Man hat mir auch dann gedroht, sogar man würde jeden Stein in meinem Leben umdrehen. Da habe ich gesagt, dass ich homosexuell bin, habe ich allen bekannt gemacht. Und wenn ihr irgendwelche Sexfilmchen habt oder sonst was konstruieren wollt, dann macht das einfach, veröffentlicht sie. Also von daher, das sehr deutlich. Und das auch an der Stelle. Denn für diejenigen, die mich verfolgen, die mich jetzt kennen, die mich seit Jahren auf dem Schirm haben. Ich habe ja auch 177.000 Abonnenten in YouTube. Ich habe seit, ich glaube Mitte April, kein Video mehr gemacht, weil mich Mitte April eine Krankheit heimsuchte. Ich habe nach diesem Vorfall erst mal selbst an Kraft tanken müssen und mich erholen müssen. Aber Bodo Stiftmann sagte noch zu mir, du kannst genauso wenig aufhören wie ich. Und aufgeben ist keine Option. Und dass ich aber in die Schweiz gegangen bin, ist aus meiner Sicht richtig. Ihr seht ja, was heute mit Jürgen Elsässer gemacht wurde. Ich denke, dass ich mit den Büchern fremdbestimmt und die große Täuschung einer der Hauptgefahrenquellen bin für dieses System, weil ich hier Beweise liefere, weil ich Fakten liefere, die wirklich unwiderlegbar sind. Und alle Quellen, man sieht ja hier im Hintergrund auch, die Bücher waren, das ist ja nur ein Teil meiner Bücher. Das sind die wichtigsten Quellen für die Bücher fremdbestimmten und die große Täuschung. Ich bin der Überzeugung, dass du einer derjenigen bist, der am tiefsten recherchiert. Also das will ich noch mal ganz kurz, dass ich dir da reingrätsche, damit untermalen, wer sich deine Bücher durchliest. Also tatsächlich habe ich mal begonnen, auch die Quellen gegenzuprüfen. Das ist unglaublich, was du da an Quellenrecherche betreibst. Wenn die Bücher sind mit hunderten von Quellen unterlegt, das siehst du ja heute kaum in irgendeinem Buch mehr. Und vieles verlinkt, damit ihr selbst diese Bücher, diese Quellen überprüfen könnt. Vieles habe ich verlinkt, ja, aus archive.org. Aber ich will das auch sagen, ich habe jemanden, den ich seit 2005 kenne und den ich schätze, der zwei Hotels hat in einer großen Stadt, die ich jahrelang auch kostenlos nutzen durfte. Den habe ich eingeladen, in meine Wohnung hierher zu kommen mit seiner Frau, auch als Dankeschön dafür, dass ich so. Und der schrieb mir dann aus Tel Aviv zurück, er würde sich melden, wenn er wieder zurück ist. Das war im Mai 2023. Angerufen hat er mich dann am 10. Oktober 2023, als ich gerade das Kapitel 7 fertiggestellt hatte. Über einen Teil ist er davon Richard Nixon, Watergate, die wirklichen Hintergründe, das, was euch allen verheimlicht wird, was keinem von euch erzählt wird. Und dann rief er mich plötzlich an. Das war sicher kein Zufall. Und diese Person ist bestens vernetzt in ganz hohe Kreise in diesem Bereich, in ihrem Bereich. Und ich habe ihm dann damals sein Buch empfohlen. The Secret War Against the Jews. Interessanterweise, das Buch war in archive.org downloadbar. Also nicht downloadbar, sondern für eine Stunde oder für zwei Wochen ausleihbar. Du kannst ja vieles dort dann ausleihen. Und plötzlich war es ein, zwei Tage nach diesem Telefonat nicht mehr ausleihbar. Ich hatte mir das aber vorher schon physisch besorgt. Ich hatte es mir, es gibt es sogar als Kindle, wenn man einen Link kennt, dann kommt man sogar noch in archive.org drauf. Aber alle fünf, die in der Suchmaschine angezeigt werden, zu Beginn sind alle stillgelegt seit diesem Telefonat. Das ist sicher alles Zufall, oder? Das ist alles Zufall. Aber wie auch immer, das heißt, ich weiß schon, Big Brother is watching me. Aber ich habe mich nie von Angst reagieren lassen. Und das kann ich euch allen auch nur bitte als Bitte oder auch als Auftrag mitgeben. Ihr dürft nicht in die Angst gehen, weil wenn ihr in die Angst geht, dann habt ihr verloren. Ja, 100 Prozent. Thorsten, das ist ein ganz, 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 ganz wichtiges Wort. Auch rückblickend auf die Pandemie. Wie viele Menschen sind in Angst, in Todesangst, in Existenzangst untergegangen? Du redest in deinen Büchern von den Begriffen Täuschung, von den Begriffen Fremdbestimmung. Um das den Zuschauern mal ein bisschen einfacher zu machen, worin liegen diese Täuschungen und Fremdbestimmungen? Mal ganz trivial runtergebrochen. Weil ich sage mal, viele Menschen merken ja, dass wir in einer gewissen Matrix leben. Und jetzt gibt es ja diese Bilder von diesem Pastor aus Merz, die validiert wurden, der den Vor-, also das Attentat auf Trump bildhaft eins zu eins beschrieben hat. Und jetzt fragen sich Menschen, wie kann denn sowas sein? Dass jemand im März, das, was Trump hier passiert, klar, dass irgendwann angegriffen würde, das haben viele vermutet, aber mit der Kugel, mit dem Streifschuss, der hat es ja im Detail erklärt. Wie kann denn sowas passieren? Also nochmal zu der Frage Täuschung, Fremdbestimmung. Was kannst du hierzu? Also nun habe ich ja dieses Video gestern auch, oder vorgestern, ich weiß gar nicht, gestern oder vorgestern ja auch in meinem Telegram-Kanal gebracht. Ich habe ein anderes Video von dem Menschen aber bewusst nicht gebracht, weil nicht alle Vorhersagen, die dieser Mann trifft, sind ja eingetreten. Weil man ja vielleicht auch nicht auf alles Einfluss hat. Weißt du, was ich damit sagen möchte? Und da müssen jetzt alle, die uns zuhören, mitdenken. Ich werde dir gewisse Dinge einfach nicht sagen, weil ich es selbst nicht weiß. Und deshalb möchte ich auch nicht die eine oder die andere Behauptung als wahr oder unwahr darstellen. Das kann ich nicht. Man muss den Leuten einfach mal eines vor Augen führen. Dieser Erste Weltkrieg. Du beschäftigst dich vor allem mit Finanzen und du weißt, wann wurde die US-Notenbank gegründet. Die wurde gegründet mit dem 23. Dezember 1913. Und wir wissen alle, was dann im Folgejahr geschah. Der Erste Weltkrieg begann. Und das Interessante ist, dass ich ja in meinem Buch fremdbestimmt... Und man muss auch sagen, die Aufhebung des ursprünglichen Gold-Silber-Wechselstandards, wie es ihn vorher gab, Also auch dazu gab es maßgebliche Einschnitte hin in einen Reingold-Standard danach. Also das sind alles keine Zufälle, Thorsten. Das sind keine Zufälle. Ich habe ja auch mal... Aber ich will da gar nicht zu näher, weil dann kommen wir wieder vom Höckchen auf Stöckchen. Silber-Purchase-Act, wie ich in meinem Buch fremdbestimmt ja erwähne, dass der Bernard Baruch, ich weiß gar nicht, einen Großteil der oberirdischen Silbervorräte damals besaß und dann wurde 1934 der Silber-Purchase-Act eingeführt. Das ist eigentlich alles der helle Wahnsinn, wenn du das siehst. Das ist unglaublich. Ja, und das sind alles keine Verschwörungstheorien. Das ist alles belastbar. Wir können das alles beweisen, was ich hier ausführe. Aber es ist... Was ich sagen möchte ist, ich zeige ja... Und das ist ein jahrzehntelanger Journalist der Sunday Times gewesen. Also nicht so ein Blatt wie von Verschwörungstheoretikern. Und der hat ein Buch geschrieben über die Lusitania. Das war dieses Passagierschiff, das von einem deutschen U-Boot im Ersten Weltkrieg ja torpediert wurde und versenkt wurde. Und dort fanden wir ganz klar, und es gab in den 70er Jahren sogar einen Artikel des Spiegels, der daraus zitierte. Ich habe das mir zur Seite gelegt. Wo ist es denn jetzt? Im Buch fremdbestimmt steht das ja drin. Und dann steht hier, Marineminister Winston Churchill ließ die Cunard-Herren wissen, die Stunde der Bewährung nahe heran. Der Krieg gegen Deutschland sei sicher. Spätestens im September 1914 werde er ausbrechen. Ich verlinke dann den Spiegel als Quelle aus dem Jahr 1972, was jeder auch heute noch überprüfen kann. Und ich sage dann aber, zitiere dann aus dem Buch, aus der Quelle, der, der das alles herausgefunden hat. Und damit will ich dann sagen, wenn man sich dann noch an diese Aussage erinnert, wie hieß er noch, der war Bundesbankpräsident, Axel Weber. Weber hat doch mal ganz klar gesagt, dass die Zentralbanken gegründet wurden zur Kriegsfinanzierung. So, und da muss doch jeder erkennen, Moment mal, also Churchill sagt das 1913 im Februar, ja, 1913 im Februar. Der Erste Weltkrieg begann Ende Juli 1914. Dazwischen liegt die Gründung der US-Notenbank. Da muss doch jeder erkennen, dass hier eben Pläne geschmiedet werden, Langfristpläne geschmiedet werden und dass hier nicht der Zufall regiert. Ich sage das immer, das ist ja, also wie naiv muss man sein, zu glauben, dass uns hier der Zufall regiert. Weil dann würden die Mächtigen, die Reichen, ja, ihre Zukunft dem Zufall überlassen. Und dann könnten sie eventuell in ein, zwei Monaten vielleicht nicht mehr zu den Reisen gehören. Ja, so, und das will ich, das Problem ist, wenn man gewisse Themen anspricht, hier, wenn die Leute das faktenbasiert sehen, ist das immer noch eine sehr schwerverdauliche Kostung. Wenn ich dieses Buch, die große Teufel, nicht selbst geschrieben hätte, du würdest mir das heute schenken. Ich würde es in den nächsten drei, vier Tagen lesen. Ich bräuchte danach Wochen, Monate vielleicht, um das in Ruhe zu verarbeiten, um das sacken zu lassen. Deshalb muss ich auch selbst mich immer in Geduld üben und sagen, Thorsten, dieses Buch langfristig, weil, hab Geduld und gib den Leuten Zeit und so. Aber, weißt du, unser Land, unser Vaterland, das steht im Zentrum der Fremdbestimmung und Täuschung der letzten 120 Jahre. Das habe ich bereits mit dem Buch Fremdbestimmt herausgearbeitet. Aber ich runde es ab mit dem Buch Die große Täuschung. Ich zeige nur diese Wahrscheinlichkeitsberechnung. Ich zeige nur diese Auffälligkeiten. Wenn ich dir jetzt sage, die 23, da werden jetzt alle sagen, jetzt kommt der, hat er zu viel da in diesem einen Buch über die Illuminati gelesen. Aber dann lasst mal von uns auf euch wirken. Das Gründungsvorbereitungstreffen der US-Notenbank begann am 23. Oktober 1910. 23 drin. Auf der Insel Jekyll Island mit 23 Quadratkilometern. Das Hotel dort hatte damals 23 Schlagzimmer. Der Jekyll Island Club wurde jahrzehnte vorher gegründet von 23 Gründungsmitgliedern. Ich kann euch das alles beweisen. Ja, also die Quellenlage... Der Tor von Jekyll Island ist auch ein empfehlenswertes Buch, ja. Genau, die Quellenlage ist sauber. Und dann wird die US-Notenbank gegründet, in Kraft gesetzt die Gründung mit dem 23. Dezember 1913. Jetzt machen wir mal einen Wechsel zu Deutschland. Ja, das Grundgesetz für Deutschland wurde verkündet am 23. Mai 1949. Ist die 23 drin, war ein Montag. Die Wiedervereinigung, da kannst du dich noch dran erinnern, oder? Die erfolgte wann? Am 3. Oktober 1990. Ich bitte die Quersumme. Die Quersumme des 3. Oktober 1990 ist die 23. Und die Wiedervereinigung erfolgte... Alles Zufall. Leute, alles Zufall. Ich würde hier nichts anderes behaupten. Erfolgte über Artikel 23 des Grundgesetzes. Deutschland steht im Zentrum. Und vor allem empfehle ich das Buch, die große Täuschung, mit all den Beweisen, die ich liefere, zu Kaiser Wilhelm II. Und zu der großen Symbiose von Deutschen und Juden in der Kaiserzeit, wo die Zahl der Mischehen, wie ich ja aufzeige, 1901 bei 8,4 Prozent lag. Und dann bereits 1915 bei 30 Prozent. Im Hof war sie einige Jahre später sogar dann bei 45 Prozent. Das heißt, denkt man an Albert Ballin, der Chef der größten Rederei der Welt, als er erste Weltkrieg begann. Das war ein Freund des Kaisers, von Chaim Weizmann verächtlich gemacht, bezeichnet als Kaiserjude. Diese Juden haben sich wohl gefühlt im Deutschen Reich und dem Kaiser. Und der Kaiser hatte wichtige Juden als Ratgeber. Und ich führe ja dann aber sehr viel aus zu dem Weg, der danach beschritten wurde und der verhängnisvoll war. Und das nochmals. Und das meine ich zutiefst wahrhaftig. Ich habe das Buch nicht geschrieben, um neuen Hass zu sehen, sondern um Rücken zu bauen zwischen allen Völkern und Religionen. Einmal durchatmen, oder? Wie stark, Thorsten. Ich glaube auch für die Zuschauer. Also mir geht es auch oft so, um das einzuschieben. Wenn man ein Buch liest, dass gewisse Dinge einfach unwiderleglich und auch nachweisbar für einen macht und dass das Weltbild erschüttert, ist es auch wirklich notwendig. Ich lese Bücher teilweise auch mit zwei, drei Pausen, um die Dinge wirklich sacken zu lassen. Und ich glaube, das ist gerade für jemanden, der neu an so ein Thema rankommt, ohnehin eine harte Kost. Auf der anderen Seite muss man sagen, unsere Zuschauer sind schon sehr, sehr weit. Also sind an sich extrem kritisch. Wie stark beeinflusst denn das Finanzsystem die politischen Entwicklungen in den letzten Jahrzehnten, beziehungsweise in den vergangenen beiden Jahrhunderten? Welche Rolle konntest du hier herausarbeiten und welche Rollen spielen auch speziell die Banken? Ja, nochmals, Geld ist doch nur Mittel zum Zweck. Dieses Finanzsystem ist nur Mittel zum Zweck. Okay, das ist meine Antwort. Speist sich eigentlich bereits aus meinen bisherigen Ausführungen in diesem Interview. Und was ich nochmals sagen möchte ist, Wahrheit macht frei. Nein, das ist kein Nazi-Spruch oder so. Das steht in der Bibel, das hat Jesus Christus gesagt. Wahrheit macht frei. Und da ist was dran. Ob ihr jetzt an Jesus Christus glaubt wie ich oder nicht, Wahrheit macht frei. Und habt keine Angst vor der Wahrheit. Wenn wir diese Wahrheit verbreiten würden, die ich euch hier mit ganz raubenden Quellen darlege, wenn das Millionen in Deutschland noch zu Gesicht begehen, dann hätten wir wirklich noch eine Chance, in den nächsten Jahren das Ruder herumzureißen. Und dieses Buch ist auch ins Russische übersetzt worden. Und der, der Putin kennt, wird in Kürze rüberfliegen und wird vorsprechen, damit beide Bücher sind jetzt fremdbestimmt und die große Täuschung ins Russische übersetzt. Beide Bücher sind auch ins Englisch übersetzt und sind zumindest in Amazon als Kindle, als E-Book downloadbar. Nur, dass auch an der Stelle, wenn hier Leute zuhören, die beste Kontakte haben zu Personen mit großen Reichweiten in den USA, in Anglo-Amerika, dann sollen die sich bitte bei mir melden und Kontakte herstellen. Weil ein Buch allein zu schreiben und ins Englisch zu übersetzen, bringt überhaupt nichts. Sondern du musst ja auch dieses Buch bekannt machen. Du musst dafür sorgen, dass die Menschen überhaupt von der Existenz des Buchs wissen. Das gilt für Russland dann eben genauso. Und ich kann nur, ich habe es in deutscher Sprache geschrieben. Ich habe jahrelang, wie du eben auch, versucht über YouTube, über Facebook. Aber das auch an der Stelle. Mein Facebook-Kanal. Ich hatte 135.000 Follower im Hoch. Und meine ganzen Videos jetzt, in diesem Jahr, in diesem neuen Buch, hatten nach zwei, drei Wochen jeweils nur 2.000 Views. Und ich hatte 2022 in der Spitze 1,3 Millionen Menschen mit einem Video erreicht. Mit einem Video. Okay? Und dann erkennt ihr, wie ich völlig totgeschwiegen werde. Und dann muss ja doch ein bisschen Wahrheit in diesem Buch sein. Weil wenn das hier alles Humuk wäre, was ich da zusammengestellt hätte, dann müsste man mich ja nicht so stark unterdrücken. Das nur an der Stelle. Auf deine Frage nochmal zurück, um auf deine Frage nochmal zurückzukommen. Ja? Nochmals. Diese Gründung der US-Notenbank war ja nicht die Ursache für den Ersten Weltkrieg, sondern sie war nur Mittel zum Zweck. Sie war notwendig, um den Ersten Weltkrieg auch für die USA entsprechend vorzubereiten und führen zu können. Und deshalb ist, ich muss dir das so deutlich sagen, also nimm es mir jetzt nicht übel, ist die Fragestellung eigentlich eine falsche. Ja. Welche Rolle spielen dann dennoch, um nochmal ganz konkret reinzugehen, die Banken in diesem System, das wir jetzt sehen, und die Vermögensverwalter. Wir reden ja davon, dass es in diesen Kriegen monetär gesehen immer Profiteure gibt, auch wenn Geld Mittel zum Zweck ist. In diesem aktuellen Russland-Ukraine-Konflikt ist es augenscheinlich ein ganz großer Name, Blackrock, der hier eine wichtige Rolle spielt. Dominik, was ich dazu sagen möchte ist, dass insbesondere die Volksbanken und Sparkassen, die kleinen Banken in Deutschland oder auch anderswo schweren Zeiten entgegen gehen. Weil das System setzt ja alles daran, um einen unglaublichen Konzentrationsprozess in die Wege zu leiten. Das ist nicht nur bei uns so, das ist in den USA genauso zu sehen. Einen Konzentrationsprozess hin zu den ganz, ganz großen Megabanken. Und da geht es natürlich auch wieder um Macht. Das sind eben die Gefahren. Und da gab es noch einen Helmut Kohl, ich bin ja Sparkassen mit Rieswirt von Hause aus, der damals Schutzpatron der Sparkassen war, über Helmut Kohl schreibe ich aber auch in dem neuen Buch ja etwas. Aber ich habe damals, war ich von ihm total begeistert. Da steht noch diese Hurra-Deutschland-Puppe, die gab es als Kunststoffversion, da hinten steht sie noch neben meinem Fernseher, die hat er sogar unterschrieben, die hat er in der Hand gehalten, sich halb totgelacht, als ich ihm die beim Deutschlandtag der Jungen Union, ich glaube 1991, 1992 mal zeigte. Aber der Helmut Kohl war Schutzpatron, man kann ja zu ihm stehen, wie man will, jetzt habe ich es genug gesagt, zu ihm, aber er war Schutzpatron der Sparkassen. Der hat also dafür gesorgt, mit Gewährträgerhaftung und was auch immer. Da hat man ja immer versucht, gegen die Sparkassen zu schießen. Das kam von den Großbanken aus. Und jetzt ist natürlich die große Gefahr, du hast ja Ernst Wolf oft im Interview und ihr sprecht doch oft über digitale Währungen. Die große Gefahr ist ja dann, dass das Modell von Geschäftsbanken eben dadurch auch zerstört würde langfristig. Dann brauchst du vielleicht gar keine Banken mehr, dann hast du natürlich die 100%ige Kontrolle. Ich will das alles einfach nur so ansprechen, diese beiden Punkte machen mich und sicherlich euch alle sehr besorgt. Und dafür haben wir auch Grund. Dass Geld zwar nur Mittel zum Zweck ist, dürfte jedem klar sein, dass Geld aber auch etwas Lebensnotwendiges ist, in der westlichen Welt genauso. Und weil Geld heute nicht von jedem selbst als das betrachtet wird, was es wirklich ist, nämlich gespeicherte Kaufkraft und dass es das nicht in jeder Form ist, all das sind wichtige Informationen, die man so nicht in der Schule lernt. Die meisten Menschen lassen ihr Geld nämlich einfach auf dem Bankkonto liegen. Sie übergeben es einem Fremden und der gibt einem dafür auch noch einen schlechten Zins. Viele wissen nicht, dass das Geld auf ihrem Bankkonto nicht ihr eigenes Geld ist, sondern den Banken überschrieben wird und die Banken damit durch die Kreditvergabe mehr Geld schöpfen. Allerdings lauern in diesem System, das sich immer weiter hochschaukelt in einer Exponentialfunktion, am Ende dieses Zyklus ganz große Gefahren. Und zwar, dass ihr eure Ersparnisse verliert. Welche Banken Gefahren sind und welche Banken in Gefahr sind, was dazu ein Bankeninsider sagt und spannende Informanten, die uns in den letzten sechs Monaten mit Informationen ausgestattet haben, das besprechen wir am 30. Juli um 19 Uhr. In meinem Bankenkrisenwebinar habe ich einen Bankeninsider, der dort anonym auftreten wird und einen weiteren spannenden Gast, der euch zeigen wird, wie gefährlich die Lage wirklich ist und warum wir mit Brot und Spielen abgelenkt werden sollen, wo es nur geht. Sichert euch gerne unter dem Video einen Link zu unserem gemeinsamen Live-Webinar am 30. Juli um 19 Uhr. Ihr werdet mehr Informationen hier auf diesem Link bekommen. Es gibt nur noch wenige Plätze, die Plätze sind limitiert und jetzt spreche ich weiter mit Thorsten über die Hintergründe, die er in seinem Buch erarbeiten konnte. Wir laufen ja aktuell von einer kleinen Krise in die nächste größere Krise, auch aus historischer Sicht. ist das sicher ein Zeichen für diesen Umbruch. Schlimm dabei ist es allerdings, wenn man an eine Täuschung aufsitzt und an die falschen Ideale glaubt. Wo sollten die Menschen denn, um es auch ein bisschen einfacher zu machen, auch für die, die das Buch jetzt nicht gelesen haben, denn genau hinschauen? Also welche Fragen würdest du den Menschen denn gerne mitgeben, die sie einfach mal stellen sollen, um vielleicht auch auf einen anderen Weg zu gehen? Was mir verdammt wichtig ist, und man kann sich über den Weg unterhalten, also über den Zielort dann unterhalten. Nicht jeder kann auch Deutschland verlassen. Und mir tut es in der Seele, wie ich habe meinen Eltern vor drei Wochen gesagt, wann immer ihr euch zu unsicher fühlt, ihr könnt die Koffer packen, ihr könnt jederzeit zu mir kommen und hier leben. Ich kann aber nicht jeden hier aufnehmen. Ich habe schon vor drei Monaten überlegt, da war hier drei Häuser weiter eine Wohnung frei, ob ich die Miete schon mal umzusetzen sich dann Flüchten unterzubringen. Aber das ist ja, weißt du, ich habe ja jahrelang in Deutschland gekämpft, weil ich gesagt habe, also ich hätte noch Anfang 2021 zu dir gesagt, ich werde Deutschland nicht verlassen, ich werde meinen Vater noch nicht verlassen. Wenn du aber Realist bist und wenn du die Wahnsinnige alle siehst und wenn du vor allem noch einer der Hauptopositionellen bist, du hast ja jetzt gesehen, was heute mit Jürgen passiert ist, dann musst du manchmal doch den Weg gehen ins Exil. Das kann aber nicht jeder machen. Was ich nur allen sage, ich habe noch mit einem sehr, sehr reifen Freund vor zwei Wochen telefoniert und da kamen wir auf Folgendes. Ganz, ganz viele, die während des Zweiten Weltkriegs nicht vorher Kapital ins Ausland geschafft hatten, die hatten danach kein Geld mehr für den Neustart. Diejenigen, die aber in die Schweiz damals, gut, ich wohne jetzt in der Zentralschweiz und ich habe ein Zollfalllager schon vorher genutzt. Ihr habt ja, glaube ich, da auch Angebote, ob jetzt einfach schließt euch ja in Zürich oder ja, aber viele Wege führen nach Rom dabei. Aber was ich nur sagen kann, es schafft Vermögen außerhalb der Europäischen Union. Mein Zielort ist die Schweiz, war ich davon überzeugt. Ich sehe auch die Neutralität der Schweiz wankend und so weiter und so fort. Also, müsst ihr mir alle jetzt hier keine Vorträge halten. Ich sehe das ja alles. Ich führe hier viele Gespräche mit Leuten in der Schweiz, die bestens vernetzt sind, die auch diese Sorgenverhalten dann haben. Aber dennoch sage ich euch, ich wohne hier in der Zentralschweiz. Wenn die Zentralschweiz fällt, ja, dann ist hier ganz Europa untergegangen. Und das glaube ich eben nicht, ja. Die Schweiz ist neutral. In diesem Zollverlagern, du warst sicher selbst mal in einigen, man hat mir mal von Milliardären gezeigt, unglaubliche Kundenschätze sind hier in der Schweiz, ja. Das heißt also, in allen Ländern hat die Elite kein Interesse dran, dass dieses Land hier auch pulverisiert wird. Und deshalb schafft, nach meinem Dafürhalten, ihr könnt ja auch, wenn ihr, ich spreche nicht Spanisch und Portugiesisch, von daher, was soll ich in Paraguay oder in all den Ländern Lateinamerikas, aber mein dringender Rat ist, schafft Vermögen außerhalb der Europäischen Union. Wie ich das gemacht habe, was mein Zielland ist, das wisst ihr jetzt inzwischen, aber auch, wenn ihr andere Länder aussucht, aber schafft es raus aus der Europäischen Union, weil das, was bei Kompakt jetzt, wo es um die Meinungsdiktatur geht, das kann euch natürlich auch im Geldwesen jederzeit passieren. Ihr wisst von den Vorbereitungen, Vermögensregister in der Europäischen Union, all das, und das kann dann ganz, ganz schnell gehen. Und wer dann nicht raus ist, wer bis dahin kein Kapital rausgeschafft hat oder wer da nicht raus ist, der kommt nicht mehr raus. Dessen Kapital kommt dann nicht mehr raus. Kapitalverkehrskontrollen und so weiter und so fort. Und das halte ich, und ich bin, ich hoffe sehr, dass die große Gefahr, die jetzt besteht, bis zur Präsidentschaft sei in den USA, dass das nicht so schlimm kommt. Ich weiß aber aus Gesprächen in den letzten zwei, drei Wochen mit den Russland bestens anletzten Leuten, dass in Russland immer mehr jetzt sagen, es reicht jetzt. Jetzt reicht es. Die NATO hat die rote Linie längst überschritten. Diese Stimmen werden lauter und lauter. Und die meisten der Zuschauer werden mitbekommen haben, was in Krasnod da zerstört wurde. Eine der zehn strategischen Radarsysteme zur Aufklärung ballistischer Angriffe. Das kann man ja eigentlich nur machen, wenn man wirklich eskalieren will. Dazu hat ja selbst dieser österreichische Oberst Reisner auch gesagt, dass das die Gefahr eines Krieges massiv erhöht hat. Aber wir wollen natürlich positiv denken. Nur, weißt du, das ist jetzt auch eine Gradwanderung sicher auch für dich genauso wie für mich und andere, die du interviewst. Auf der einen Seite wollen wir nicht als Panikmacher dastehen. Mir hat jemand als der, dem ich einen Tag nach Beginn der Invasion 2022 sage, ich glaube, dass Putin gestern welches historischen Irrtum begangen hat, der rief mich dann an mittags an dem Tag, das war im Oktober, war das glaube ich der 9. Oktober herum 2022, als die Krimbrücke angegriffen wurde. Das war ein Samstag und da rief er mich mittags an, sagt er hätte aus der großen Stadt einen Anruf bekommen und man rät ihm und er soll mir das auch sagen, wir sollten in den nächsten Wochen Deutschland verlassen. Ich habe dann damals ihm gesagt, weißt du, ich habe nie an diese Propaganda geglaubt, dass das da für euch ein Spaziergang wird. Das wird verdammt haarig für euch, das wird eine Abnussungsreech. Sie haben euch jetzt da, wo sie euch haben wollten und jetzt ist dieser Nimbus der Unbesiegbarkeit durch diesen erfolgreichen Angriff auf die Krimbrücke zerstört worden und jetzt reagiert ihr emotional, jetzt schwingt das Pendel eben in eine andere Richtung aus. Also ich bin nicht aufgrund dieses Anrufs damals in die Schweiz gegangen, ich hatte zwei Tage später den Wohnungsbesichtigungstermin für die Wohnung, in der ich heute wohnen darf und sehr, sehr glücklich bin, dass ich hier in dieser Gegend wohnen darf, aber ich will das nur sagen, wir alle sind Menschen und wir alle neigen zu emotionalen Ausbrüchen in die eine wie in die andere Richtung. Ich habe keine Glaskugel, ich kenne niemanden, der eine Glaskugel hat. Die Gefahren bis zur Präsidentschaftswahl sind sicherlich groß, die kann man nicht negieren. Ich selbst habe eh seit Jahren immer wieder gesagt und zwar ruhig, ich habe 2022 in meinen Videos, ich veröffentliche auch in Telegram Wochenupdates, damit die Leute möglichst preiswert bei dir kaufen können zum richtigen Zeitpunkt und nicht, wenn es teuer ist, aber momentan sehe ich also nicht mehr die ganz großen Rücksetzer, sondern ich sehe eher die Gefahr, das größte Risiko ist, wenn man heute kein Gold und Silber besitzt. Also es ist kein Risiko, jetzt hohes Gold- und Silbervermögen zu haben, sondern das Risiko wäre eher, wenn man kein Gold und Silber besitzt. Aber ich will wirklich nur sagen und dann beende ich das Statement, denkt bitte daran, dass ihr auf jeden Fall Vermögen außerhalb der Europäischen Union haltet, damit ihr für einen hoffentlich dann Neustart eben auch entsprechend besser aufgestellt seid als andere. Ich finde, das ist doch auch eigentlich ein ganz, ganz wichtiger Appell und ein tolles Schlusswort. Ich habe zwar noch ungefähr 40 Fragen für dich notiert. Ich würde sagen, Thorsten, wir machen es in der Scheibchentakte wie die Politik. Wir führen die Menschen einfach langsam an die Themen und führen einfach ein weiteres Gespräch. Und wenn das für dich in Ordnung ist, würde ich nochmal ganz kurz dein Buch in die Kamera halten. Wir verlinken es natürlich für die Zuschauer unter dem Video. Holt es euch gerne, wenn ihr ein bisschen oder wenn ihr viel tiefer in der Geschichte graben wollt. Ich wünsche dir und ich finde, das sieht gut aus. Also weiterhin in der Schweiz alles Gute und dass du mutig bleibst und nicht in die Angst gehst. Ich denke, das ist genau so ein toller Appell. Das Schlusswort hier auf dem Kanal und das ist mittlerweile Tradition geworden, das gebührt immer dem Gast, deswegen des Stages yours. Naja, also ich will eines dann sagen und zwar es gibt einen Spruch, der mich seit langer Zeit begleitet, den mir meine Oma mit auf den Weg gegeben hat. Wer sich wehrt, wird geehrt und wer sich duckt, wird angespuckt. Nehmen es jetzt nicht zu wörtlich, aber ich hoffe, die Message kommt an bei euch allen. Vielen Dank euch allen. Ich hatte mit Thorsten ja schon mehrere Gespräche geführt. Das letzte Interview zu seinem letzten Buch Fremdbestimmt habe ich hier für euch einmal verlinkt. Schaut gerne mal rein, es ist nach wie vor zeitlos, wie ich finde und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Alle weiterführenden Links zu Thorstens Büchern und was wir gerne so in die Infobox packen, findet ihr unter dem Video. Bis dahin, lasst einen Daumen hoch da und schreibt mal in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Dankeschön. Danke euch.